ja liebe leute was war das denn für eine epische letzte folge muss ich mal so sagen hat auf dem fall auch nicht mal wir haben den vater wieder getroffen haben einiges erfahren und ja vielleicht erfahren wir gleich noch mehr wir machen ziemlich nach neoiden weiter auf kannst du ein auto holen rené? wie soll ich ein auto holen? ich weiß ja nicht ich dachte du kannst er aus der tasche zaubern warte 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 nee hat nicht funktioniert ja verdammt so dann müssen wir zu fuß gehen oder mit dem boot soll wieder mit dem boot fahren wir mal gucken ob wir uns finden ich habe bis jetzt immer so viel gelohnt da hinten steht das richtige bootlaut ja guck mal warte mal ich geh mal angeln hast du einen eigenen jetski? nein ich komme sofort ich will nur angeln ach so ach so ich will auch da angeln ich dachte mir eine runde mit weil da war gerade sind mehrere große schiffe äh schiffe fische ach schade zack und ich stehe vor der da ja da waren drei große hechte oder so dann habe ich gedacht okay die katze die katze da mitnehmen aber schauen wir wollen wir haben die kein interesse gehabt na schade hast du was gefangen? ich tu hier grad gut fische raus jaja zweiten fisch schon wie machst du das? haha ich äh ganz leicht r2 drücken also wirklich leicht bis einer angebissen hat dann schnell r3 dann gegen lenken mit r und line einholen mit r2 einfach ja ich hab was ja was kleines meine herausforderung abgeschlossen nice damit haben wir ein vorteil das war nur ein plan also das war nicht der plan aber ja dann einmal kann ich mit dem mitfahren mit dem jet ski das war mal ein bisschen weiterkommen ich hab gar eine leine draußen den fisch gönne ich mir das den fisch gönne ich mir das so da haben wir ein dach ich hab noch was ich hab noch was das war extra ja verkehrt ach bist du bereit? ja warte 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 posier ein bisschen nep Ja Du glitzst grad voll in mich rein Oh, das ist ein Außenposten, glaub ich Ja Na komm, dann machen wir den noch Könnte kompliziert werden Ja Fährst du da rein? Ich schwimm extra da rein, damit wir leise sind Pst Wir sind noch nicht lang Wofür leise? Vielleicht hätten die sich heute Einer ihrer Männer sein können Oh Ja Hinten Hinten die sich entdeckt oder was? Ne Ich hab nur leicht verzogen Mit dem Bogen Und daneben geschossen halt Okay Okay, den erwähne ich nicht Nice Okay, die sind aufmerksam Da oben ist die Schlafschütze Jawohl Jawohl Da kommt einer auf uns Jawohl Wisi Wir haben keine Alarm und die sich entdeckt, ne? Ne Weiß War jetzt nicht weiter traumatisch, weil wir jetzt gut Da kommt noch mal so direkt mit hoch, wenn wir schon mal hier sind Warte, 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 warte Boah Wenn wir schon mal hier sind wie du schon sagst ein taktik cooles moment aber ich habe eine idee was funktioniert das ding geht ach schade hätte er klappen können ein wunderschöner tag freuen die sie freuen sich gerade dass das wieder dinge eingenommen wenn die wüssten dass das gleiche wieder weg ist bei mir steht gerade taktik cooles einhorn und ich hatte gedacht das wäre ein cooles outfit gewesen ach so ihr hast freigespielt ein teil davon korrekt habe ich das auch freigespielt bestimmt hoffe ich welchen teil davon haben wir dann freigespielt die jacke ich nicht so haben wir noch 1 2 3 4 teile für prosperity dann sind wir das haben wir das ding hoch gezogen der gott hat verbessert weiß ich gerade nicht mehr einfach wenn so bist du bereit dass wir weitermachen können gibt mir noch eine sekunde zeit um gibt mir noch eine sekunde zeit um gibt mir noch eine sekunde zeit um alles gut mal so bescheid wenn du fertig bist ja ok ich bin sofort soweit ich bin sofort soweit ich bin sofort soweit gut dann geht's weiter die highwaymen sind zurück auf der insel die du übernommen hattest wir haben einen alarm eingerichtet also sei unauffällig jetzt aber ok ich habe den scharfschrank da ganz hinten weg gehört ich bin ganz hinten links oh das boot die haben nicht direkt tot ja weil er nicht sterben wollte rufen die keine alarm doch da rufen ja da bis jetzt haben sie keine alarm gerufen nice one und ich bin dicker fischer ich freue mich halt auch über gute kids weil du hier warst ein tigerfisch Niiiins Jetzt rufen die Alarmen vorbei Nein Rufen sie nicht, weil ich... Scheiße Okay, dann habe ich es verkackt Ist von meiner hin So, den einen habe ich abgestellt Wir haben sie eingekesselt Das stimmt Nice Das ist keine leichte Sache Haa, ich habe die Taktik cooles Einhorn Ich habe die Mütze bekommen gerade Cool Ja Dann müssen wir halt nochmal rein So Jetzt sagst du meine neue Mütze Zusammengehalten Jetzt kannst du Läuft So 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 Diesmal ein bisschen Ja Ja Das Das Schiff Das Boot Lass das Schiff in Ruhe Ja Ja Ich bin bei dir her Ich stehe quasi neben dir Oh, da unten Verschrecker Ja 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 Ich hoffe ich habe ihn getötet Wir sind immer noch unentdeckt Ja Der hat eine vermute wo ich bin Einer mit Schild bei mir in der Nähe Ja Lass dich nicht entdecken Bis jetzt sind wir unentdeckt Schild tot Du bist entdeckt worden Ich bin nicht entdeckt worden Partner wurde entdeckt Hä? Partner wurde entdeckt Ich habe nichtmals eine Entdeckungsanzeige Jetzt Ja krass Partner wurde entdeckt Ich habe nichtmals eine Anzeige Ja, ich glaube es geht Absolut Aber Krass das ist tatsächlich einer Ich habe nichtmals eine Entdeckungsanzeige bekommen Ich war der ganze Zeit der Überzeugung Ja, dass ich nicht entdeckt werde Ja, schade, sorry Habe ich es versaut Nein, alles gut, passiert Krass, Mann Scheiße Leg mich auf Wir waren so gut, ey Die Verstärkung kommt kaputt Was ist da unten? Was ist da unten? Ich bin auf dem Was ist da unten? Was ist da unten? Ich bin auf dem Ich bin auf dem Ich bin auf dem Ich bin auf dem schon tot hast du mit den brennungsfallen wofür geschossen okay war nie das weil ich habe gut was abbekommen ich habe zwei Stück direkt hintereinander gekriegt aber wir haben die Hinsicht auf 3 auch befreit zwar nicht perfekt aber egal wieder hinterher 0 jetzt habe ich die Jacke sogar freigespielt cool so wir können jetzt Elite-Fahrzeuge bauen ich hatte übrigens die Krankenstation hochgezogen und ich glaube das Sprengstofflabor Krankenstation ist sehr gut das heißt mir fehlen jetzt das Trainingslager noch die Expedition und der Healkräutiger Garten ich mache als nächstes die Expedition ja sind ja eh nicht so teuer wunderbar wunderbar so dann nehmen wir die Pfeile mit sobald ich sobald ich die Hose die Hose also die Hose von dem Taktik cooles 1 und 1 habe die fehlt mir natürlich noch werde ich drei ganze Folgen in dem kompletten Outfit rumrennen also wir müssen definitiv nochmal diesen Außenposten hier befreien damit ich die Hose bekomme dann werde ich drei Folgen in diesem Outfit rumrennen so ich habe gerade den Kurzschluss gemacht das heißt die Sprengfallen an allen Highway-Fahrzeug werden automatisch und schärft es fehlen jetzt eigentlich nur noch die Naturliebhaber, der Saboteur und die Schlösserknacken das sind jetzt nochmal 13, 21 Vorteilspunkte und dann haben wir alle Vorurteile also ich habe alle Vorurteile dann freigeschaltet sehr gut das heißt wir haben halt Prosperity hochgezogen wir haben halt alle Vorteile hochgezogen ja da kann ich mal viel schief gehen so richtig kann nicht mehr so sein gut dadurch dass wir das Ding jetzt hier wieder durch haben würde ich sagen wir mal mal Feierabend in der Folge ich denke das sollte es für heute tun mit der Zeit her so und was machen wir danach gucken wir mal auf die Karte wir haben ja noch Neuiden da oben ja aber ich vermute dass es auch da noch ein Außenposten sein wird spontan gut dann wird es auch noch Tschüss Cem